Etwas Neues kann nur beginnen, wenn vorher das Alte vergeht. Loslassen gehört daher zur Kunst des Lebens. Davon erzählt eine leise Ostergeschichte aus dem Johannesevangelium. Für Maria Magdalena fängt der Ostertag düster an. Im Morgengrauen irrt sie auf dem Friedhof umher. Eingeschlossen in ihren Kummer und vor Tränen blind, will sie wenigstens in der Nähe des toten Jesus sein und ihn durch ihre Liebe lebendig halten. Tod ist doch nur, wer vergessen wird, denkt sie trotzig und ahnt wohl gar nicht, wie viele Tote wir auf dem Gewissen hätten, wenn dieser Spruch wirklich stimmte. Ziellos wandert ihr Blick zum Grab, das seltsam offen steht. Zwei lichte Engelgestalten sprechen sie an. Warum weinst du? Was für eine dumme Frage. Wahrscheinlich können sich Engel nicht vorstellen, wie traurig es ist, in einer Welt zu leben, in der ein Mensch hingerichtet wird, weil er Gottes Liebe mehr gehorcht als den Ordnungen der Macht habe. Und dass jetzt, wo er tot ist, eine Welt zurückbleibt, die ohne Gott auskommen muss, wenn das nicht zum Heulen ist. Hilflos wendet sich Maria Magdalena ab und sieht im Dämmerlicht noch jemand anderen dastehen. Den Gärtner womöglich? Ob er vielleicht etwas weiß über den Verbleib des Leichnams? Sie muss ihn doch finden. Sie braucht einen Ort, an dem sie in Erinnerungen schwelgen und in der Vergangenheit versinken kann. Gerade jetzt, wo sich so viel ändert und so viel Neues auf sie einstürmt. Ob der Gärtner ihr beim Suchen behilflich sein könnte? Der Gärtner ist immer der Schöpfer, in der Bibel jedenfalls. Das weiß man seit Beginn der Welt im Garten Eden. Wo der schöpferische Gärtner erscheint, wird es lebendig. Denn er ruft sie alle beim Namen, die Bäume und Pflanzen, die Planeten und Meere, die Tiere und Menschen. Wie auch jetzt, der aufs neue lebendige Jesus die todtraurige Maria bei ihrem Namen nennt. Maria. Sie hört den Weckruf, der sie aus ihrer Erstarrung löst. Schon kommt Bewegung in die Beine. Sie will auf ihn zustürzen. Doch Jesus wehrt ab. Halte mich nicht fest. Die Zeit lässt sich nicht anhalten oder zurückdrehen. Er wird nie wieder leibhaftig ein Jesus zum Anfassen sein. Und doch flirrt fortan die Luft von seiner Gegenwart. Und er ist da, so wirklich wie der Gärtner.